Merkt ihr das nicht, dass der Sommer nicht normal ist oder was? Das Riechen die ganze Zeit, ja? Und ihr sagt auch, ja, jetzt haben wir mal Riechen, ja? Der Rieche wird immer stärker, ja? Das ist nicht normal in dem Sommer, ja? Und das ist von Außerirdischen gemacht, ja? Dieser Riechen kommt von Außerirdischen. Versteht ihr es keiner, oder was? Ja? Da meckert ihr rum auch, jetzt haben wir endlich Riechen, Riechen, Riechen. Und es wird immer stärker und kein Mensch merkt das. Das ist von Außerirdischen. Ja? Wir haben es versäumt, einen anderen Planeten zu finden. Und jetzt haben wir es, ja? Dieser Riechen ist nicht normal. Das kann ich euch sagen. Der ist so ein Außerirdischen gemacht. Ja? Ja? Ich weiß nicht, ob da oben noch UFOs sind zur Zeit. Aber dieser Riechen ist nicht normal. Es ist ein Außerirdischer Riechen, ja? Und er wird von Tag zu Tag stärker. Und keiner will es mehr gehen, ja? Ja? So ist es. Es pisst in ganz Deutschland ohne Ende, ja? Und, ja, man hat sich vielleicht immer gefreut für ein paar Tage, die auch die Blümchen haben, wie sie was sehen, ja? Und jetzt wird alles immer stärker und stärker, ja? Tja. Tja. Da hätten wir uns vielleicht schon mal ein bisschen früher in allen Planeten suchen sollen, ja? Ja, also, dann macht's gut. Viel Spaß im Riechen. Ciao. Adios. Bis dann. Bis dann.